Ich denke der wird wieder vorne patrouillieren, der Typ da. Schauen wir mal. Alter, mein Finger. Aber der ist jetzt hier nicht, oder? Wo ist denn der da? Vielleicht braucht der auch noch mal kurz... Moment. Okay, weiter geht's. So, weiter. Zurück. Schauen wir mal, ob der noch ein bisschen patrouilliert hier hin und her. Schauen wir mal kurz. Aber wenn nicht, hätte ich da auch schon mal frei waren. So, weiter geht's. Wo zur Hölle ist denn der Aufzug? Wo zur Hölle ist der abgeblieben? Hier sind wir ja schon mal durch. Ach. Was war denn hier? Ja, Leute, hier war ich noch gar nicht, oder? Hier war ich noch gar nicht. Gibt's hier nicht irgendwas zum Lesen? Gibt's da nicht irgendwie ein Tagebuch oder so? Ah, hier kann man sich, Leute, hier kann man sich auch verstecken. Da spinnt ihr halt wieder. So. Hier haben wir ein Brett davor. Ach, und hier haben wir... Da bin ich ja auch schon. Moment. Moment. Ich glaube, irgendwie in den Kreis. Wo komme ich jetzt hier wieder raus? Bei der Toilette. Das bringt mir überhaupt nichts. Oder? Doch, ich höre den Typen doch wieder. Da ist er. Der war da gerade. Ich hätte schon den Schlüssel. Ja, komm, jetzt. Ja, komm, ja, komm, bring mich um. Bring mich um. Okay, jetzt schauen wir mal, wo man kommt. Spawnen. Und ob wir noch flüchten müssen. Wir müssen noch flüchten, okay? So, wir haben einen Schlüssel schon. Also komm. Das muss doch hier irgendwo möglich sein. Hier muss irgendwo der Aufzug dann sein, oder? Okay, hier gibt's es nicht. Gehen wir hier so rum. Die Tür zu. Vielleicht muss ich hier nochmal durch, oder? Hier war ich ja auch schon, oder? Vielleicht hier nochmal durch? Nee. Jetzt ist eh schon alles durch. Also hier kann ich mal ein bisschen testen, oder? Hier komme ich hier wieder raus. Das will ich auch nicht, oder? Äh. Also. Jetzt ist es eh schon wurscht. Genau, jetzt kommt der Typ da wieder. Wir machen hier die Tür zu. Zack. Lol! Nee, kann ich nicht verschieben. Das wäre zu geil. Okay. Oh, hätten wir hier noch eine Tür? Wieso? Hier komme ich so wieder zurück. Hier laufe ich ja im Kreis. Und hier gibt's auch nix. What the heck? Kommt der da jetzt? Ah, okay, der steht jetzt links da. Da sind die Toiletten. Hä? Ich check's nicht. Ich check's gerade echt nicht. Hier sind die Räume. Da komme ich doch auch bloß wieder hier hin, wo alles zu ist. Hier gibt's den Raum. Hier ist auch zu. Hier gibt's noch einen Schacht. Aber da war ich doch auch schon hundertmal drin. Hä? Ich check's grad überhaupt nicht. Das gibt's ja dann natürlich nicht, oder? Also, wir haben zwei... Zwei Toiletten. Dann haben wir einmal den Gang. Dann kommen wir durch dieses... Loi. Loi. Also, an manchen Stellen denke ich mir echt... Spiel, wirst du mich verarschen? Jetzt kommt er nochmal rein. Ernsthaft. So. All die guten Dinge sind drei. Nee. Okay. Ähm. Ähm. Ich weiß es halt echt nicht. Also, ich war jetzt hier noch in diesen... Unkleide Raum. Ich versuch dann einfach mal, wenn er nochmal drin ist, einfach die Türe zu zu klatschen. Und so einfach mal noch alles abzustürmen. Aber... Aber der bleibt hier, ne? Kommt er nochmal? Ja. Kommt er nochmal? Ja, bestimmt. Aber alle guten Dinge sind drei. Und drei haben wir schon, ne? Kommt er nochmal? Einmal geht noch. Nein? Nein? Als hätte ich dir meinen Plan schon mal... Ja. Einfach mal gesagt. Fakt. Du wirst dich jetzt da nicht in die Toilette reinstellen? Ernsthaft? Das wär doch ein genialer Plan. Aber du wirst nicht mitspielen, ne? Also, ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Du wirst doch nochmal da reinkommen, ne? Wirst du da nochmal umgucken. Ja, jetzt. Und zu. So. Also, ich muss hier irgendwie den Aufzug finden. Ich check's nicht, Leute. Ich check's nicht. Wo zur Hölle muss ich hin? Ich check's nicht. Hier kann ich nicht raus. Moment. Also. Wo zur Hölle ist dieser Aufzug? Ich check's nicht. Ich hab hier bloß verschlossene... Verschlossene Türen. Guck mal. Kann ich das ja mal kurz... Guck mal. Ich muss das mal kurz verschieben hier. Jetzt halt. Jetzt halt. Jetzt halt. Aber jetzt kann ich wieder zurücklaufen. Ja, komm. Ist egal. Ist egal. Ähm. Aber ich check's halt überhaupt nicht grad. Hier gibt's noch was. Hier komm ich da wieder zurück. Hier komm ich wieder in den Raum? Oh. Ups. Ups. Das kenn ich ja noch gar nicht. Okay. Ach. Ach. Hier. Äh. Was? Äh. Was? Äh. Oder irgendwas wahrscheinlich. Oh. Ja komm 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 komm. Go go. Was? Was muss ich denn jetzt machen? Oh. Pff. Alles klar. Alles klar. Oh shit. Oh shit. Ernsthaft. Moment. Moment mal kurz. Ah ok. 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 Wir werden da schon mal da ne. Schauen wir mal. Ok. Ich will jetzt eigentlich bloß noch ein schönes Dokument finden. Dass ich noch ein bisschen was zum lesen hab. Ähm. Nach oben, nach unten. Ja mal kurz mal nach oben. Ok. Ist eh zu. Die gibt es ja auch nicht. Schau. 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 Gucken wir mal nach unten. Ah. Vor allem dieses Gelände jetzt hier. Alter. Sorry aber. Dieser. Dieser Regen. Ist mit der geilste Regen den ich je in dem Spiel gesehen habe. Also ich weiß nicht. Was jetzt da so dran geil ist. Gerade diese Regentropfen. Ich kann es bloß immer wieder sagen. Irgendwie hypnotisch. Diese Regentropfen. Hypnotisch. Ja. Ok. Oh hier haben wir wieder einen Spalt. Die ist wahrscheinlich zu. Kommt da muss doch irgendwas sein oder? Ah. Eine Battery. Sehr schön. So. Würde ich einfach mal gucken. Wann der nächste Speicherpunkt kommt. Würde ich echt mal sagen. Ich würde dann beim nächsten Speicherpunkt dann einfach mal Schluss machen für heute. Okay. Ähm. Weil ich will jetzt eigentlich nicht gern das unterbrechen. Ich sage mal. Ähm. Ähm. Ich. Ah. Speichert. Okay. Ja. Dann würde ich sagen. Halt. Ich. Dringend mal wohin muss. Und ich will jetzt da nicht ne. In der nächsten halben Stunde oder so. Will ich da nicht nochmal irgendwie rein. Ähm. Mich fuchsen oder so. Mit Atmosphäre und so weiter. Ähm. Würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Äh. Fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.